Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Oh nein. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Oh nein. Schiffssysteme. Achtung, empfindliche Anlagen. Warum nur, war mir das klar. Ich bin da drüber. Andere Seite. Was? Hä? Scheiße, jetzt habe ich es verpasst. Na, was soll es? Warning, 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 warning. Ishimura Crewmembers, your ship is full of fragile equipment. Please take care around emergency door locks and other sensitive devices. Whoops. In case of damage, contact CEC Facility Director, on, com, freq, frequency, bla bla bla. Ah, wie süß. Oh. Ach, da ist er reingehörten. Okay. Na, das ist ja spitzenmäßig. Wuhu. Das ist ja cool. Ja, bleib schön an der Decke. Ich gehe dann mal hier aus. Ich gehe wieder zurück. Komm, 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 mein Junge. Hier drüben. Na los, hüpfen ein bisschen. Hüpfen, mein Kleiner. Na, das ist aber feige. Kannst du nicht drum rum gehen. Also ehrlich mal. Kann ich eigentlich lebende Gegner mit der Stase durch die, äh, mit der Chinese durch die Gegend schleppen? Gefällt mir. Hänge ich mir demnächst auch zu Hause auf. So ein paar Necromorphs an die Decke, das ist doch cool. So. Hier drüben müsste es sicher sein. Jetzt fängt bei mir das Spiel wieder zu hacken an. Ist ja uncool. So. Der Necromorph ist irgendwo reingeraten, oder? Der ist doch von sich aus gestorben, ne? What? Where are you? Show yourself, motherfucker. Ja, der ist tot. Gut. Das klingt irgendwie, als ob es von hinter mir kommt. So. Jetzt kann ich mich auch wieder bewegen. Na, hossa. Oh, scheiße. Ups. Ich wurde gewarnt. Na sowas. Wer macht denn das? Dass mich das aber auch gleich total zerflattert, ist ja übel. Ja, ich hab's, ich hab's irgendwie übersehen gerade beim, beim Flüchten. Ich wollte eigentlich gerade das nutzen, um die Gegner halt, äh, äh, munitionssparend auszuschalten. Aber, naja. Dass ich dann selber reingerate, pfff, Künstlerpech, würde ich sagen. Gut. Ihr müsst nicht so lange laden. Ich bin nochmal, ja, ich wollte gerade sagen, ich benutze nochmal dieselbe Gegend, in der ich gerade eben sowieso schon war. So. Ja, lauf mal ein bisschen irgendwo rein hier. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wo ist er denn? Ich seh ihn gar nicht. Ach, da drüben geht er lang, okay. Verdammt, jetzt geht er auch noch vorbei an dem Ding. Du darfst dann auch mal irgendwelche Gliedmaßen abschneiden. Mignon. So geht das nett hier. He, cool. Das macht Spaß. Hui. Platsch. Mann, sind die Fischer widerlich. Ja. So läuft das beim Fleischer übrigens auch. Hallo, ja, vorbeikommen und reinlaufen. Komm schon. Ja, er ging vorbei. Komm, säg's an, mein Freund. Komm näher. Komm schon. Ach, komm, was soll's. Ah, nee, jetzt kommt er, okay. Hier, 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 hier. Ach, Mensch, wieso geht er denn vorbei? Das ist doch schade, so was. So, ein paar Credits für uns. Arschloch. Gut, kommen wir hier vorbei? Ich hoffe, ja. Bisher ging's ja immer. Ich bin aber etwas misstrauisch geworden gerade. Ich weiß gar nicht, wieso. So, das ist jetzt der von hinten, ne? Guck mal erst mal. Ja, genau. Da ist er doch. Da ist er doch. Komm schon, mein Kleiner. Komm hier lang, hier vorne. Lass dich reinlocken, mach mir jetzt, ja, lässt dich nicht reinlocken. Ich fand aber süß, wie er durch die Gegend geschlichen ist mit seinen Samtpfötchen. Mit seinen kleinen Füßen, der so ganz vorsichtig so tipptipp gemacht hat. So, noch ein bisschen plasma Energie, die wir gerade gebrauchen. Und dann auch die beiden Gesellen. So. Erst mal den einen besättigt. So. So weit, so gut. Und da fängt's auch wieder schon zu hacken an, ihr Mensch. So, da haben wir's doch schon. War doch einfacher als gedacht. Bisschen für den Flammenwerfer, ein paar Impulsprojektile. Vielleicht sollte ich die dann auch mal wieder verwenden, damit ich hier nicht zu viel ansammle. Genau, dann machen wir mal hier mit dem Impulsprojektil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter. Na, jetzt wird's ja aber haarig hier. Jetzt wird's ja kriminell. Und stimmt, ich wollte Stase benutzen eigentlich. Okay. Was soll's. Hallo? So. Gucken wir mal. Das sieht auch schon wieder aus, als ob hier gleich ganz viele Gegner kommen. In so einem verworrenen Umfeld hier. Ach. Hey, der Witzker! Alter, warum? Hallo? Nein, bitte nicht. Oh, fick dich doch. Ich mag nicht da rausgehen. So, haben wir mal ein bisschen stasiert. So, lass mich mal vorbei, ihr Fettsack. Alter. So, lad mal nach. Lad mal nach. Dann laden halt nicht nach. Bäh. So, nochmal. So, jetzt gehen wir aber erstmal... Jo. Das machst du recht. Mach dich erstmal klein. Gut. Haben wir das schon mal so weit gemacht, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal auf die Waffen, für die wir auch Muni haben. Alter, wo ist der schon wieder hin? Ah, komm, legt mal die Scheiße weg hier. Burn, Baby, burn! Yar! That's how it's done, motherfucker! Yar! So, dann gehen wir nochmal kurz hier... Na, geh doch mal weg. Dann laden wir nochmal kurz unsere Staser auf. Meine Güte, das ist ja wieder schlimm heute. Ich muss wirklich mal meinen Lüfter putzen gehen. Das geht so nicht. Ach, muss ich mir mal gucken, ausgucken, wenn ich mal ein paar Tage nehme, an denen ich dann eben keine Uploads bringe oder so, weil mein Laptop dann eben nicht da ist. Wenn ich nicht für die Uni brauche. Oh Gott, das wird schwierig. Wir sind ja solche Laptop-Opfer, beziehungsweise solche Computer-Opfer geworden, allesamt. So, hier drüben liegt noch ein Muni rum, sehe ich gerade. Du hast nichts mehr, aber... Hier, Strahl... Halt! Strahlmuni und Flammenwerfer, Brennstoff. Schön. Was ist das denn? Wo müssen wir denn hin erstmal? Fangen wir mal so. Na, Spitze! Ja, genau. Das war grandios. So, lass mich mal vorbei hier. Ich mache Fortschritte mit dem Pile-Raster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. So, weiter, Arschloch. Was machst du eigentlich? Du stehst die ganze Zeit bloß sinnlos rum. Gut, hier sind wir... Nein, wir sind nicht voll. Okay, jetzt sind wir voll. Voll der Vorfreude auf das, was da noch kommen mag, sind wir. So. Ich traue Necromorphs, die am Boden rumliegen nicht. Dabei weiß ich doch, dass ich die hier schon bekämpft habe. Oh, Plasma-Energie. Sehr schön. Und zurück zum Hauptatrium. Dann schauen wir mal. Oh, f*** euch. Hat euch schon mal jemand gesagt, dass ihr nervt? So, Strahlmuni. Schön. Wenigstens gute Munitionen gebt ihr mir. So, gucken wir nochmal. Hier, wir hatten ja doch noch irgendwas liegen gelassen, ne? War dem nicht so... Stasis-Station war hier. Nee, hier drüben? Ach nee, doch nie. Okay. Ich dachte, ich würde irgendwas liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Aber dann eben doch nicht. Dann gehen wir eben mal weiter. Nach der Speichung. Wupp. Schön. Gut, gut. Wer flüstert denn da? Nicole, bist du das? Was ist das da eigentlich? Bloß irgendeine Lampe, okay. Gehört zum Inventar. Gut, ich hoffe, mein Aufzug ist da. Ja, schön. Und dann wieder nach unten. Was? Das geht Ticker im Hintergrund aber auch. Was ich vorhin sagen wollte, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Musik in Aufzügen genau dieselbe ist, die auch bei irgendwelchen Hotlines für Hold the Line dann gebracht wird. Also wenn man da irgendwie dranbleiben soll. Achso. Was? Sag was? Nein! Es kommen mir doch noch Bieste. Ich hasse euch. Nein, bitte keine Jacke. Ach, komm schon. How I hate you. Ich verkrieche mich erst mal. So. So, jetzt können sie kommen. Oh Gott, da ist er schon, der Erste. Pföhnchen ab. Weeplein ab. Lebst du noch? Nee, okay. So, bei dir dasselbe. Schön. Doch, der lebt noch, oder? Der zuckt doch noch aktiv nach. Und irgendwann muss sowieso noch... Ja, der lebt noch. Alter! Stirb, stirb, stirb! Mann! Was war denn mit dem los? Oh! Was? Ach, komm ey! Wie viele von denen sind denn hier? Ich hab keine Lust mehr! Das macht mich wütend! Da muss ich erst mal Leichen zertreten! Ja, komm. Gib her. Ja, wir müssen... was ist... arilyn, die ... Nu kann ich! Bierküngeist, wir wollen... wir wollen... wir wollen... Vielen Dank.